So, 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 YouTube. Hallolo, herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Ja, wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Dafür haben wir drei Runden Zeit, äh, oder wir machen drei Runden und haben unendlich viel Zeit. Und ich guck mal, wo wir hinkommen in Runde 1. Wir werden genau herausfinden, wo wir sind. Das kennen wir doch, oder? Ja, du bist auch noch dabei, Anime-Katze, zukünftig, äh, warte, 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 wie heißt du zukünftig? Ich muss mir das merken, ich muss mich drauf einstellen. Ähm, ein Luna-Reiterin. Okay, okay, werde ich mir merken. Ich werde dich zumindest identifizieren können. Wir sind in Südkorea. Wilder Guess, in Südkorea ist man oft hier unten oder da oben? Die 17 hört sich eher nach da oben an. 38, 39, 38, 19? Das einzige Südkorea ist, es ist ein sehr bevölkertes Land. Hier ist die 17. Ähm, aber jetzt die 17 auf höhere Jin-Shiyun. Jin-Shiyun. Die ist ja auch lang, nicht? Äh, wo war sie? 17. Die hört hier auf. Oder, wartet, geht die 17 auf die 37 über. Äh, wo ist die 37? Da. Ich guck mal. Ne. 37 ist hier nur 37. Ich hatte nämlich schon mal, dass die 17 oder eine andere Straße denn hier hinten wieder rausgesprungen ist. Und das ist dann immer ganz übel. Südkorea, weißt du jetzt nur anhand der, äh, Schriftzeichen? Oder woran hast du das jetzt festgemacht? Ähm, am Schild. Ja. Also, das Schilddesign ist halt südkoreanisch. Daran hab ich's festgemacht. Ist halt ne Erfahrungssache, nicht? Das ist genauso, wie jemand in den Chat kommt und sagt, na, anhand des Autos und diesem schwarzen Pixel oder so da, ähm, weiß ich immer, das ist Südkorea im nördlichen Teil, nicht? Genau so machen das andere. Oder hier, bei der Pnöppi hier hinten zu sehen ist, weiß ich, das ist im Westen von Südkorea. So ne Sachen gibt's, wo die Leute die merkwürdigsten Sachen herausfinden. Mh, ich kann euch mal hier dieses Schiedschild zeigen. Das find ich immer ganz geil. Ähm, wie man zum Beispiel die, ja, baltischen Staaten auseinander hält. Und ich mach das meistens über diese Schilder, weil die immer überall stehen fest, nicht? Ähm, ich kann mir das nur nicht merken, deswegen hab ich diese Seite hier, um das immer nachzugucken. Aber es sind halt auch die Feinheiten, wie die Gehwegzeichen oder auch die Busschilder, die dir eigentlich schon helfen, wo du bist. Oder auch hier, das ist rot umrandet, das nicht. Ich kann mir das halt nur null merken, diese Hinweise. Ähm, deswegen muss ich das nachgucken. Aber so allgemein, wenn ich oft in einem Land bin, kann ich doch schon sowas hier auf jeden Fall mir merken. So ein Gefühl dafür entwickeln, welches Land das ist. Aber so wirklich, dass ich was auswendig lerne, kriegt mein Kopf nicht hin. Und wenn ich es 40 Mal benutze, ist ganz schlimm. Da wärst du auch raus, ja. Deswegen muss ich das auch nachgucken. Wäre cool, wenn ich mir das merken könnte, kann ich aber nicht. So, und wir haben hier noch eine, die 318. Jetzt gehen wir einfach die 17 lang, bis sie die 318 kreuzt. Wahrscheinlich geht die 17 einmal komplett durchs Land. Ja, tut sie. Und da wir hier bei den 700er sind, würde ich dann sagen, müssen wir die 17 eher hier unten suchen nochmal, nicht wahr? 13, 18, manchmal, hier, hier ist die 17 und hier ist aber die 22. Okay, 22, 700, 600, 500, 400, 300. Hier müssen wir die 17 nehmen. 700, hm, hilft nicht. Scheiße. Okay. Das heißt, irgendwo wird eine 300 sein. Eine lokale. Das macht mich jetzt unglücklich. Okay, aber wir haben ja die Ortsnamen. Problem ist halt, das sind wahrscheinlich irgendwelche Dorfnamen. Aber wenn man rauszoomt, also bei Südkorea ist auch so nicht, du bist erstmal erschlagen von den Ortsnamen. Aber wenn man genau guckt, die Ortsnamen haben oft immer einen Teil. Und wenn man rauszoomt, dann heißt alles hier Gurje. Hier heißt alles Nawon. Hier heißt alles Gonseon und sowas. Das steht auch oft an den Schildern dran. Und wir suchen jetzt die Ecke, wo Yuxan zum Beispiel ist. Oder Yongin. Weil wir in Yongin sind. Auxiton. Goizam. Mucu. Jinnan. Zhangji suchen wir. Zhangzu. Zhuksan. Nee. Fast. Zhukshan. Geokshin. Chiyokshin. Zhirisan. Gurve. Sunshion. Gushion. Das steht hier alles nicht dran. Ishion suchen wir vielleicht. Als Hauptding. Ishion. Ich meine, die 17 kann ja auch doch nochmal hier vielleicht weitergehen. Sehe ich vielleicht Ishion in der Zoomstufe. Ah, es ist halt echt dicht bevölkert, nicht wahr? Ixan. Ist eigentlich ungewöhnlich, dass, aber Ichshion habe ich schon mal gehört, dass so kleine Orte dran stehen. Normalerweise sind halt diese größeren dran. Was auch passieren kann, ist, dass die 17 hier über Wasser hier wieder hochkommt oder so. Oder, oh, oder auf der Insel weitergeht. Das dürft ihr nicht vergessen, Südkorea hat eine Insel. Und ich war einmal auf dieser Insel. Ich habe mich zu Tode gesucht. So, aber hier ist nur alles gelbe Markierung. Und die haben keine 318. Hier ist alles Tausender. Aber falls ihr eine Tausende in Südkorea sucht, die haben eine Insel. Ja, muss man wissen. Sonst ist genau wie, wenn man denkt, man ist in Griechenland, kann man auch in Kreta sein, nicht wahr? Aber, oh, da sucht man sich auch einen Wolf. So, wir gehen wieder aber von dieser Stelle aus. So, die 300. Finden wir die 300. Ich kann ja auch die 300 dann lang gehen und die 17 finden. Ist vielleicht die bessere Variante. Hier ist 400, 345, 337, 325. 3,6, 315, 314, 322, 21. Hier zum Beispiel, die geht über Wasser. Ähm, 355. Oh, Leute. Hm. Warum gibt es, wirklich, es gibt 17, 19. Wo ist die 18? Kann auch wieder nicht sein, dass genau unsere Zahl nicht dabei ist. Was ein Scheiß. Oh, 400, 418, 400, 400. Nee, nee, ist schon die richtige Ecke hier. Wo sind die 319 nochmal gewesen? Da, 318. Hier, 318 und 17. Hier laufen die zusammen. Bam. Guckt, die 17, die hier unten ist, verschwindet nämlich nochmal. Jetzt ist die Frage, wo, das will ich nämlich wissen, falls ich das nämlich nochmal hab. Die 17 läuft hier lang. Und hört hier auf. Seht ihr das? Aber geht dann auf eine lokale Straße über. Kommt hier wieder rein. Läuft hier weiter parallel zur Autobahn. Ah, das sieht man auch oft nicht. Und, hallo, 7, MGB, nein. So, und hier kommt die auf die Autobahn. Aber, die knickt nicht ab. Guckt mal, die lokale Straße wird wieder zu 17. Geht hier weiter. Geht durch, die geht die ganze Zeit durch Städte nicht. Und dann sieht man die nicht. Und an der Autobahn entlang. Das ist richtig mies, das Ding. Und hier. Hier geht die 17 wohin? Hier ist nämlich die 37. Guckt. Das heißt, da wo die 17 auf die 37 vorhin raufgegangen ist, hat sie sich zur... Ähm... Haben die sich gemerged. Und hier gehen die wieder auseinander. Und wir haben nur bis zu der Stelle hier hinten geguckt. Aber hier geht sie auf die rüber. Und das ist das Gemeine, nicht? Ich hab ja extra geguckt, ist die hier dann doppelt benannt? Und die ist nicht benannt. Aber die verschwinden hier und kommen hier wieder gemeinsam raus und trennen sich. Boah. Okay. Das ist... Also Südkorea ist echt an der Stelle Endgegner. Aber wenn man es einmal hatte, dann findet man das eigentlich raus. Ist halt ein bisschen mehr suchen, nicht wahr? Aber wir wissen nur, wir fahren drauf zu und wir fahren nach Osten drauf zu. Also sind wir hier. Und dann müsste Ichion... Da ist Ichion. Boah, das ist sogar richtig groß, nicht? Das hätte ich schon sehen können. Ähm... So. Und Höhe Juxan. Jung In sind wir. Hm. Warte mal, wie heißen die Straße? Die heißt... Die Straßen sind auch eigentlich cool. Die heißen nämlich immer gleich. Big M Row. Und dann heißt es Big M Row 8, Big M Row 9, Big M Row 10 oder so. Und das ist auch gut ausgezeichnet. Big M Row. Okay, die heißt Big M Row. Und die heißt Big M Row. Und das müssen wir... Und hier ist Big M, nicht? Die heißt Wonsl. Das mag ich in Indonesien. Da heißen die Straßen immer Straße nach. Hier, Big M Row... Und hier, Big M One Row... Beon Giel. Ecke. Sambeck Row? Nee. Big M One. Hier, da sind wir. Big M One, Ecke Big M Ron. Und das aber nicht unser Startpunkt. Unser Startpunkt ist hier. Ach doch, ist hier. Okay. Ich bin gar nicht so weit gefahren. Aber die 201 ist unser Ding. Hier. Die ist... Südwestlich von uns. Und wir stehen da, wo aus dem Norden eine Straße kommt. An so einer Kreuzung. Und... Irgendwie ist das komisch. Also hier ist die Kreuzung. Begum Woe Row. Begum One Row. Ecke. Begum Woe 201. Begum... Ach, das ist Begum. Nicht Begum Woe. Begum Woe 200. Ne, das ist auch Begum 201. Begum 201. Begum Row. Wir suchen Begum Row. Beon G. Das hier nicht. Be-Gum Row. Beon G. Das passt doch auch nicht. Die heißt auch Begum Row 201. Warum das? Warum heißen beide Straßen gleich? Das ist ungewöhnlich. Bin ich nur so blind? Ba E. Gam Row. 201 Beon G. Ba E. Gam Minus Row. 201 Beon G. Die heißt auch Begum Row 201. Wie kann denn die Straße hier wie die hier heißen? Das ist ja mies. Die heißt auch so. Hä? Okay. Wartet mal. Dann stehen wir hier vielleicht. Wenn die hier alle gleich heißen. Die heißt auch Begum Row 201. Alter, was ist denn das? Die heißen alle gleich die Straßen. Hier Begum Row 201. Ach, du kriegst die Motten. Normalerweise nummerieren die die durch. Hier 185, 192. Aber hier heißen alle 201 an der Stelle. Hä? Was ist denn mit denen kaputt gewesen? Haben die einen gesoffen? 5 Straßen, die 201 heißen? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das vielleicht ein Viertel? Ja, ja. Es ist das Begum Row Viertel. Aber eigentlich, wie gesagt, hier Begum Row 192. Und Co. Und so heißen die. Hier 185. Aber hier heißen alle 201. Das ist schon verrückt. So, Hausnummer 30 bis 26. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir hier Hausnummern sehen. Postamt. Okay, nochmal. Okay, aber die hier geht ja nach Norden weg. Und unsere Straße geht Nordosten. So, unsere Straße geht nach Nordosten. So. Dann stehen wir hier vielleicht. Die hier geht nach Norden weg. Und das Klein. Aber die Straße nach Süden wäre nicht da. Hier könnte das hier sein. Oder halt hier. 550. Also das hier ist die Große. Und hier ist das Wasser. Das Wasser ist nördlich von uns. Also sind wir schon mal südlich. Dann müssen wir in der hier sein eigentlich. Ne, das ist die da. Dann sind wir in der hier. Okay. So, wir fahren also nordöstlich auf diese Stelle rauf. Und da geht die ab. Okay. So, jetzt fahren wir nach Südwesten. Und kommen an eine Kreuzung. Und da heißt sie Big and Vorrow. Und die läuft nach Südwesten, Nordost. Das ist die unsere, in der wir stehen. Und die andere heißt 201. 201. Ist die 201. Das heißt, wir stehen hier und die Straße ist nicht eingezeichnet. Ich bin damit unglücklich. Okay, gute Idee. Ich versuche, ich komme nicht rein. Aber ja, die müsste. Warte, wir versuchen das mal anders. Wir gehen mal auf die Straße hier. Das hier müsste unsere sein. Das ist glaube ich keine Straße. Deswegen ist sie nicht eingezeichnet. Nicht, aber das ist schon die Ecke. Das passt schon. Aber das ist natürlich gemein. Das hier ist keine Straße. Das ist nur eine Einfahrt. Und die Straße ist eingezeichnet. In die kann ich auch reinfahren. Dann stehen wir nämlich genau hier. Und hier geht eine Straße, die nicht eingezeichnet ist. Finish. 5 Meter. Boah. Man kann das blaue Dach sehen. Das ist gemein. Nicht Straßen, die da sind, aber nicht eingezeichnet sind. Okay. Aber ja, gut. Länger gebraucht als gewollt, aber doch geschafft. Und damit. Wir haben schon mal in Südkorea das Problem gehabt, dass wir nur anhand einem Golfplatzes, weil wir nicht weiterfahren konnten, herausfinden mussten, wo wir sind. Da habe ich wirklich komplett, ich wusste, der hieß, ähm, äh, Seoul, äh, Golfclub, äh, bla bla bla. Und dann die Straße. Und dann habe ich einfach südlich von, Dings, alle Golfclubs abgesucht, bis ich es hatte. Weil man konnte nicht mehr weiterfahren. Man war auf so einem Reisfeld und hatte nur so eine Werbung für diesen Golfclub. Alter, das war die Horrorrunde. Aber wir haben es auch geschafft. Es geht alles, wenn man will. Ähm, nur wenn du wirklich in der Wüste stehst und nicht mal ein Schild oder einen Straßennamen hast, dann hast du halt verloren. Und deswegen bin ich umso gespannter, wo wir jetzt hinkommen in Runde 2. Okay. Südamerika. Jujjin. Ruta. Okay. Waldgäs. Hier. Paare. Tunas. So, wir gucken mal, wo ist die Sonne? Über uns. Nicht? Hilft uns gar nicht. Der ganze Himmel ist einfach hell. Ich könnte die Sonne nicht vom, vom Rest unterscheiden. Eventuell ist sie hier. Dann wären wir im, dann wäre sie im Norden, dann wären wir im Süden. Ist die Sonne aber hier? Nicht? Wäre sie im Süden, wären wir im Norden. Deswegen hilft die Sonne nur bedingt. Aber das Gute ist, warte mal, nach Tunas. Ich stand hier schon mal. Aber nee, die LKW war nicht da. Aber nach Tunas, das kommt mir so bekannt vor, Tunas. Gut, aber wahrscheinlich gibt es 30 Tunas, wie es Bella Vista gibt. Und deswegen, Prost auf euch! Wir kommen wieder nicht vor und zurück. Ich sehe ja die ganze Zeit die Herzen und Partyhüte fliegen. Das ist immer richtig cool. Und wir haben schon heute, jetzt haben wir 14 Markig Bewertungen. Irgendwie zählt der heute nicht mehr. Bin auch gespannt, wie viele Subscriber wir am Ende heute gewonnen haben. Glaubt, nicht so viele. Aber jeder einzelne zählt von euch. Deswegen gerne abonnieren. Dann kommen wir vielleicht noch auf 1150. Das wäre auf jeden Fall eine starke Nummer. Was gibt es zu trinken? Pepsi und Energy. Gemischt. Ist mein neues Lieblingsgetränk. Seit ich Spezi Energy entdeckt habe, bin ich auf die Idee gekommen, das selber zu Hause zu machen. Und ich liebe Gummibärchensaft. Die meisten wäre es wahrscheinlich zu süß. Ah, guck mal. Guatemala. Nach San Jose, Porto Suarez oder wo sind wir? Bolivien. Sehr gut. Sehr guter Hinweis. Alter Verwalter. Also wenn ich den Hinweis gerade nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gefunden, wo ich bin. Ein goldener Stäbchen. Nicht wahr? Das Stäbchen des Glücks. Bolivien. Hallo Ben. Natürlich. Bolivien war ich auch ganz selten. Also da gibt es auch nur zwei Straßen. Eigentlich immer hier waren wir. Das heißt, hier ist die vier. Ja, immer um Last Pass. Ey, Last Pass ist übrigens richtig krass, wenn ihr euch das in, ähm, anguckt hier. diese Kante von der Stadt. Das ist so unglaublich. Hier geht es einfach wie viel? 500 Meter runter. Wenn ihr hier oben steht, das ist so unfassbar. Das sieht einfach so wirr aus, dass das eine natürliche Formation ist. Das hier ist platt wie gewalzt. Und dann kommt da einfach dieser Brr. Und da drin ist die Stadt. Hier oben drauf ist Alto. Und da unten ist aber die Stadt. Und das so total crazy. Hier haben wir einmal gestartet, an der Stelle. Und genau mit dem Ausblick darunter, das war total verrückt. Und ich habe es nur durch Zufall, indem ich hier über Südamerika gegangen bin und ich so, boah, das ist die Kante. Das muss sie sein. Ähm, ja. Gibt es sicher auch irgendwo noch als Folge. Was spielst du? Habe ich angehangen. Wir spielen Geotastic. Immer noch. Jeden Freitag ist auch hier Geotastic Day. Komme, was wolle. Außer wir machen IRL. Also IRL würde vorgehen, wenn irgendwas Cooles ist und Sonne scheint. Dann auch das. Aber ansonsten ist Freitags Geotastic Day. Und Sonntag Radturtag. Außer das Wetter lässt es nicht zu. Äh, so. Aber Robore suchen wir. Hier ist die 4. Die geht hier so rum. Robore ist 200 Kilometer weg. Okay. Porto Suarez 468. Alter, wo sind wir denn? Was sind denn das für Angaben? Und warum ist Last Pass nicht eingezeichnet? San Rossi da hinten. Das ist 105 Kilometer weg. Porto Suarez ist 400 Kilometer weg. und Robore da. Hier hinten. Alter. Das haben die neu reingenommen. Kann das sein? Die haben ganz viel neue Daten drin. Das ist ja verrückt. Tunas. Da haben wir es. Dann stehen wir hier. Da brauche ich gar nicht weiter nachgucken. Nicht wahr? Oh. Oder hier. Oh. Ja, in welche Richtung ist Tunas? Tunas ist Richtung Süden. Dann stehen wir hier. Ja. Command Tunas. Können wir noch da reinfahren? Nee, oder? Ähm. Finish. Fünf Meter. Geht doch. Und damit haben wir das geschafft. Das war eine schnelle Runde, nicht wahr? Also ohne das steht Bolivien, wäre ich wahrscheinlich hunderte Kilometer hier durch den Dschungel gefahren. Aber wir wären auch echt ewig nirgendwo angekommen, nicht? Schnelle Runde. Ja, vor allem für Bolivien. Und damit geht's weiter nach Runde 3. Genau, Geotastic. Aber ist sowas wie Geogässer für die, die das vielleicht besser zuordnen können. Aber gleiches Prinzip. Einfach irgendwo herausfinden, wo man ist. Ich liebe es. Und schön, dass die Geotastic Crew jetzt auch zu mir gefunden hat. Ich hab heute irgendwie echt Probleme gehabt, Zuschauer zu bekommen. Ich hab den Stream 3-4 Mal neu gestartet, weil er irgendwie bei 10-12 Zuschauern hängengeblieben ist. Und dann kam immer die Meldung, konnte keine Daten mehr empfangen. Aber jetzt seid ihr ja da. Das ist schön. Das freut mich. Pender Gaza, Authorized Dealer, Blue Scope, ähm, oh, Batu Pahat, ah, Malaysia. und wahrscheinlich sogar hier südlich irgendwo, nicht? Die 5, da ist die 5, genau. Bandamarani, Malacan, Bandamarani, Bagan, Ippu, und da hört die 5 auf, nicht? Ja, hier hört die 5 auf. Jemand? Wir sind hier mittendrin, nicht? Das sind Bezirke, Batu Pahat oder so. Xingkang, Xingyang, Banting, Batulaut, Batu Pahat suche ich aber. Bukit Bangkong, nee, Bangganglanglang, nee, Bukut Pelanduk, nee, auch nicht, Bandar, Baru Enstek, nee, Bandar heißt auch nur Dorf, nicht wahr? Ab und zu bist du auch ein bisschen laggy, ja, das liegt heute an Google, das ist ganz blöd, er zeigt es mir die ganze Zeit an, aber mein, ähm, Geotastic sagt mir, äh, mein OBS sagt mir, alles gut, ähm, da habe ich keine Verluste oder so, ausgelassene Frames, null, ja, da kann ich leider nichts dran ändern, aber, ja, man merkt das immer an den Zuschauernzahlen, ob Google gerade an den Servern arbeitet oder nicht, wenn du nicht hochkommst, dann ist anscheinend gerade irgendwas in der Mache, ähm, vom Algorithmus, meistens hilft es dann neu zu starten, aber heute hat es auch nicht geholfen, bis jetzt, ist nur immer ungünstig, dass natürlich Deutschland in den Zeiten ist, wo sie Wartungszeiten machen, das ist schon damals bei WoW so gewesen, ähm, da, das war immer sehr, sehr ungünstig, aber lässt sich halt nicht verhindern, nicht, irgendwann muss ja gewartet werden und Sachen geupdatet werden, irgendjemanden trifft es, okay, Bangan, Bandar, hmm, Pasir, Lingi, Lubok, Shinar, Shinar, Tanah, Suda Ungu, Tanjung Kling, Malaka, ja, wer weiß, wo das ist, nicht, das ist anscheinend nicht ein großer Ort, Bagan, hier, Batu Fahad, ist ein großer Ort, pfft, okay, und der liegt südlich, aber wo sind die anderen, sind die denn ganz im Norden, geht denn die fünf hin, am Ende, oder, das liegt doch, das liegt südöstlich, sagen sie, ja, also müssen wir hier irgendwo drüber sein, wahrscheinlich gar nicht so weit weg, vielleicht sind das auch Stadtteile, nach Bandar Maharani suchen wir, Taman, Taman, Kampung, Kampung, Persei, Besabangan, also, die Namen sind auf jeden Fall immer göttlich, Sungai, Sungai, Gersik, Sudamua, Tengaparit, wer weiß, was ich alles vorlese, alles, Beleidigung nachher, so wie ich es ausspreche, ich hoffe nicht, also, die anderen Orte sehe ich nicht, ich hätte ja Muur, oder sowas erwartet er da drauf, teilweise 90% CPU-Auslastung, oha, ich habe vor zwei Wochen oft Once Human gestreamt, da lag der Stream bei OBS übelst, zum Teil 3% ausgelassene Frames, ei, 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 gut, aber kann auch ein OBS-Problem sein, darf man auch nicht vergessen, oder man hat die Zähne falsch angeordnet, und vielleicht eine Zähne im Hintergrund laufen, die einfach sehr viel Ressourcen zieht, weil sie doppelt angezeigt ist, oder sowas, das hatte ich schon, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, okay, aber ja, den kleinen Ort finde ich jetzt hier nicht, da müssen wir uns anders behelfen, das Gute ist, mal leise, oh, wir können hier nicht weiterfahren, doch, mal leise ist relativ gut aufgestellt, ähm, hier, da ist der Straßenname, Yalan Pekan Baru, ja, wir können hier mal gucken, Yalan, Yalan, Puerama, die geht nach, Norden weg, nicht, ja, nach Norden, die Frage ist halt, ja, können wir jetzt alle Straßen durchgehen, wir könnten halt überall sein, nicht wahr, auf den Höhen, vielleicht brauchen wir einen kleinen Dorfnamen, oder sowas, Puanama, ich meine, es ist Runde 3 von 3, und wir haben schon ungefähr die Ecke, also so schlimm kann es ja nicht mehr werden, und unsere Straße verläuft, östlich, südöstlich, Norden, Osten, Süd, äh, Norden, Osten, Süd, so südöstlich, so, also das, auf dem Stück sind wir, Pankan, Beiru, Parit Morn, Parit Haji, wenn sie nochmal hoch geht, dann, müssten wir hier irgendwo sein, Kampang, Parit, hier ist alles Parit, wahrscheinlich sind wir denn im, äh, die Straße, die nach Baru führt, oder Pekan führt, die heißen hier alle Parit, wahrscheinlich, weil Parit, äh, das hier ist, Sungai Nibong, Tengar, Melor, die hat keinen Namen, das ist auch immer super, es könnte sein, dass unsere Straße auch gar keinen Namen hat, am Ende hier auf der Karte, obwohl es eingezeichnet ist, nicht? Also Google hat nicht vollständige Datensätze, leider. Anspruchsfälle, Games laufen einwandfrei, okay, manche Spiele sind auch nicht optimiert, ähm, da mache ich immer den Nvidia, ähm, äh, Profileinspektor an, und cappelt das Spiel auf 45 FPS, das hilft eigentlich immer super, okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt aufhöre, ist es nachher die nächste Straße, kennt ihr das Problem? Nicht? Man denkt so, okay, das kommt jetzt eh nicht mehr, dann zoomt hier raus, sucht woanders, und eins weiter wär's gewesen. Okay, aber hier geht die Straße wieder in eine andere Richtung, das heißt, wir können wieder nur hier sein. So, wo ist ein Baru? Bakiri, Bukati, Bukitmoor, oder Pekan? Also wir können, sind wir vielleicht im Mur? Hmm, hier sind alle Parit, Pungur, Kampung, Parit, 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 Bintang, Bintang, Barit, Bintang, Parit, 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 Yalan, Parit, Parit, Yalan, Parit, und hier waren wir schon. Hmm, okay, es hilft also auch erst später. Akmar, seh ich noch. Akmar bekam Baru. Vielleicht doch ein Stadtteil? Ich meine, wir können ja auch hier hinten sein, in der Stadt. Gibt es hier ein Baru? Flora Buras gibt es, Yalan Buras. Ah, fast. Manchmal sind auch die Sachen falsch geschrieben. Das ist dann richtig übel. Aber ne, hilft noch nicht. Ja, komm, wir fahren. Hätte gedacht, jetzt Runde 3 schaffen wir nur durch gucken. was hier, was offiziell ist. Kemas, Pekan, Baru. Yalan, Parit, Yusuf, sind wir. In Muah. Okay, wir sind in Muah. Das ist schon mal gut. In Juhu. Okay, wo ist Juhu? Pekan, Muah. Juhu. Juhu. Ach, Juhu. Juhu heißt das ganze Ding. Okay, wir sind also irgendwo in Juhu bei Muah. Und dann Yalan, Parit, Yusuf, Rot. Yalan, Kazan. Yalan, Arab. Yalan, Sulaman. Yalan, Kandri. Yalan, Abdul. Yalan, Parit. Wo heißt du Yalan, Parit? Abdul. 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 Okay, hier ist sie überall nur noch Abdul. Ah. und hier drüber heißt sie, hier ist sie auch zweispurig, das kann eigentlich gar nicht mehr sein, nicht? Und hier heißt sie aber Yalakinsang. Gut, vielleicht heißt sie Nebenstraße Parit, Parit, Yusuf. Das sieht auch nicht wirklich aus wie die 5, nicht? Hier. Oh, da ist das Schild. Die 85 auf der Höhe sind wir. Das hätte ich mal vielleicht vorher sehen sollen. 5, 5, 5, 85, hier sind wir. Parit, Yusuf. Ja, alles klar. Boah, Gott. Okay. Und jetzt sind wir Aber in welche Richtung sind wir gefahren? Shit. Homestay. Oder Parit Boogies. Parit Boogies. Da. Kampung Parit Boogies. Das heißt, irgendwo hier stehen, wahrscheinlich stehen wir an der 85, nicht? Ich bin hier gefahren und da ist der Hinweis auf die 85 gewesen. Kann das sein? Oh, ich habe so viel gequatscht. Ich habe mich gar nicht konzentriert. Kennt ihr das? Haha. Ja, hier. Okay, wir stehen genau an der 85. Und zwar haargenau. So, Finish. 3,91 Meter. Das hätten wir längst haben können. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Mal wieder. 17 Minuten in Südkorea, Bolivien 5 Minuten und Malaysia 14 Minuten 37 Minuten finde ich richtig stark und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.